Herzlich Willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Trophäe Milchshake freischalten könnt. Hierfür müsst ihr mit dem Flipendo Zauber insgesamt 10 Kühe umwerfen und den benötigten Zauber schaltet ihr frei, wenn ihr Professor Garlicks zweiten Auftrag absolviert. Danach müsst ihr nur noch zu dem jetzt gezeigten Schnellreisepunkt hinreisen und hier dann die Kühe mit dem Flipendo Zauber umwerfen. Eine kleine Info noch zu der Trophäe an sich. Es spielt keine Rolle, ob ihr 10 verschiedene Kühe umwerft oder ob ihr diesen Zauber an einer einzigen ausübt. Und sobald ihr dann hier angekommen seid, müsst ihr nur noch den richtigen Zauber dann ausrüsten und die Kühe umwerfen. Und den Zauber nutzt ihr dann so lange, bis ihr die Trophäe freigeschaltet habt. Zauber nutzt ihr die Trophäe? Zauber nutzt ihr die Trophäe? Zauber nutzt ihr die Trophäe? Vielen Dank.